Der Weltit ist fertig gemischt und muss jetzt eigentlich nur noch ausgespielt, also gebounced werden. Der Unterschied zwischen Wave und MP3-Format ist ja relativ klar und schnell erklärt, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Offline und Echtzeit-Bouncen? Gibt es einen Unterschied und hat das ein oder andere Vor- oder Nachteile und vor allem hat das ganze klangliche Auswirkungen auf den Sound von unserem Weltit? Weltit ist richtig, oder? Wir klären das heute einfach mal und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video- und Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio. Und wenn der Weltit erst mal fertig gemischt ist, dann muss er eigentlich nur noch in Form gegossen werden. Es muss ein Two-Track, eine Stereo-Datei daraus gemacht werden. Und wie macht man das? Natürlich mit dem Bouncen-Dialog. Den hat jede DRW an Bord. Man kann also dafür sorgen, dass das, was auf dem Master-Fader drauf ist, dass das dann als fertiger Song hinten rauskommt. Entweder um das Ganze direkt irgendwo online zu stellen, weil man sich mit der Master-Kette schon so weit auseinandergesetzt hat, oder einfach um das Ganze zu einem Mastering-Engineer zu schicken, der das Ganze nochmal in die finale Form bringt. Man kann es als MP3 ausspielen, dann ist es natürlich nicht fürs Mastering geeignet, aber als Wave-File kann man es durchaus in verschiedensten Qualitätsstufen ausspielen und dann kommt dieser Song raus. Aber was sind denn eigentlich Offline und Echtzeit ausspielen? Was ist eigentlich der Unterschied? Ich meine, die Namen sagen es ja schon ganz klar. Offline bedeutet im Prinzip, dass der Song einfach vom Rechner einmal durchgerechnet wird, so wie er das beim Ausspielen wahrscheinlich auch machen würde, aber deutlich schneller als das, was man bei Echtzeit haben würde. Bei Echtzeit kann man dem Song beim Ausspielen quasi so zuhören, als wenn man ihn auf einer Kassette aufnehmen würde, Echtzeit eben. Das heißt, man hört dem Song beim Ausspielen zu und kann genau beim Zuhören nochmal kontrollieren, wie der Song eigentlich klingt, ob die Delays alle da sitzen, ob vielleicht die Oszillatoren alle Bewegungen machen, ob die Arpeggiatoren vom Synthesizer vielleicht alles richtig machen. Das kann man alles beobachten, währenddessen man das ganze Ding ausspielt. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass wenn das ganze Ding ausgespielt ist, dass man dann auch sicher sein kann, dass es genauso auf der Festplatte gelandet ist, wie man es eigentlich vorhatte. Das ist nur so ein bisschen von Nachteil, wenn man jetzt nicht Musik ausspielt, sondern zum Beispiel ein Podcast oder ein Hörspiel. Das Problem ist ja, dass ein Podcast und ein Hörspiel, dass man nicht eben dreieinhalb Minuten dauert wie ein Song, sondern im Zweifel mal eine Stunde. Und wer setzt sich schon vor den Rechner und hört eine Stunde zu, während das ganze Pfeil ausspielt? Jetzt ist natürlich die Gefahr bei einem Song mit, sagen wir mal, 50, 60 Spuren, die ich hier zum Beispiel hinter mir aufhabe, bei den Stamps des Monats, die ich gerade mische, da ist natürlich die Gefahr größer, dass da Probleme passieren, als wenn du zwei oder drei Spuren für einen Podcast mischst, die im Prinzip von vorne bis hinten durchlaufen. Da ist ein Kompressor und Equalizer drauf. Das heißt, man kann durchaus so ein langes Pfeil zum Beispiel offline ausspielen. Mit anderen Worten, man muss nicht davor sitzen und zuhören, ob alles richtig läuft, sondern macht hinterher stichprobenartig mal so kleine Schnippel, wo man da so reinguckt und wo man reinhört und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und dann sollte schon alles passen. Man hat ja im Schnitt vorher vor allem auch schon mal einmal alles durchgehört. Der Zeitaufwand bei offline ist einfach beim Ausspielen deutlich geringer. Je nachdem nach der Rechenkraft, die dein Rechner hat, geht das bis zu vier, fünf, sechs Mal schneller. Bei einer Stunde kann sich das schon schnell rechnen. Das sind so die Unterschiede zwischen offline und Echtzeit ausspielen. Also Vorteile vor allem auf der Zeitebene. Nur wenn du zum Beispiel einen Song offline ausspielst, dann wird da vielleicht vier oder fünf Mal so schnell ausgespielt. Aber wenn du dann kontrollieren musst, ob alles wieder sauber gepasst hat, dann verlierst du schnell auch wieder den Vorteil zum Echtzeit ausspielen. Mit anderen Worten, da ist es so ein bisschen Geschmackssache. Deswegen stellt sich halt auch die Frage, gibt es denn eigentlich einen klanglichen Unterschied zwischen offline, also einfach im Rechner zusammenrechnen, was der Song macht oder dem Echtzeit ausspielen. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, lade ich dich jetzt gleich recht herzlich ein, mir mal zu folgen in die Session. Ich habe, wie ich gerade schon gesagt habe, die Stamps des Monats im Recording-Blog gemischt. Und da geht jetzt mal ein großer Shoutout, ein großer Dank an Clara John, die uns ihren Song Stay the Night zur Verfügung gestellt hat. Die wunderbare Clara hat diesen tollen Song gemacht, der mich so an meine Jugend erinnert hat, an die 80er Jahre. Der hätte auch bei AHA von der Feder hüpfen können. Und den Song hören wir uns gleich mal an. Ich habe diesen Song genommen und habe ihn einfach mehrfach ausgespielt. Wir gucken uns gleich das Ausspielen mal kurz an. Und dann darf ich dir aber jetzt schon verraten, dass ich das Ganze achtmal ausgespielt habe. Ich habe es viermal offline gebounced und viermal Echtzeit gebounced. Und wir halten gleich einfach mal die vier Spuren nebeneinander und hören einfach mal, welche Unterschiede gibt es. Gibt es überhaupt Unterschiede? Und gucken dann mal, ob die überhaupt relevant sind. Das ist ja wahrscheinlich die Frage, die dich am meisten interessiert. Denn wenn die Unterschiede nicht relevant sind oder so marginal, dass man es kaum merken kann, dann ist es ja quasi egal. Aber genau die Frage wollen wir gleich mal klären. Dazu lade ich dich ein. Ich lade dich aber auch ein, mitzumachen. Du kannst dir die Spuren, also die acht Ausspielungen, die ich von Stay the Night gemacht habe, kannst du dir im Recording-Blog runterladen. Dieses Mal nicht nur für Mitglieder, sondern dieses Mal offen für alle Leute, die Lust haben, einfach mal auf dem Recording-Blog vorbeizugucken. Das heißt, schau mal unten in der Videobeschreibung. Da findest du einen Link zu meiner Seite und im aktuellen Artikel gibt es einen Download-Link und da kannst du dir dann die Spuren runterladen. Nicht die Spuren, sondern die Ausspielungen von Stay the Night und kannst die mal in deine DAW reinziehen. Und dann hör dir mal genau die Unterschiede zwischen den vier an. Und wenn du einen Unterschied hörst, dann schreib mir das gerne hier unten in die Kommentare oder unter dem Blogartikel, damit wir da mal sammeln können, ob du vielleicht bessere Ohren hast als ich und mehr hörst, was der Unterschied zwischen den beiden Versionen sein könnte oder auch nicht. Wie gesagt, vielen Dank an die wunderbare Klara John, die uns ihren Song zur Verfügung gestellt hat. Link zu Klaras Musik findest du natürlich unten auch in der Videobeschreibung. Da kannst du dir das andere, den anderen guten Stoff von ihr auch noch reinziehen, den sie gemacht hat. Abonnier auf jeden Fall ihren Kanal. Folg ihr auf Instagram. Alle Links unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und wir gehen jetzt mal in die Session und gucken mal, wie so ein Ausspielen in Echtzeit und Offline aussieht. Das wird dir aber sicherlich bekannt sein. Kannst du vielleicht also überspringen. Aber vor allem gucken wir danach mal im Vergleich, was ist denn eigentlich der Unterschied oder auch die Gemeinsamkeiten bei den ausgespielten Songs. Und dann mal gucken, ob wir tatsächlich was hören oder ob wir dafür das Gras wachsen hören müssen, um da Unterschiede zu hören. Ich bin sehr gespannt. Lade dich jetzt ein, mit rüber zu gehen. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber in die Session und gucken, wie klingt eigentlich Stay the Night auf die unterschiedlichen Bounce-Arten. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session. Ich würde sagen, als kleiner Appetitanreger hören wir uns mal kurz einen Refrain von Stay the Night von Clara John an. Vielen Dank, liebe Clara, nochmal fürs zur Verfügung stellen dieser tollen Spuren, dieses tollen Songs. Und wie gesagt, alle Informationen zu Clara unten in der Videobeschreibung. Wir hören mal kurz rein, wie klingt Stay the Night. Stay the Night Du hörst schon eine ganz tolle Vokalarbeit. Sie singt wirklich fantastisch, eine ganz bezaubernde Stimme. Und wenn du auch mal Lust haben solltest, dir die Spuren hier zu Gemüte zu führen und selber mal zu mischen und dafür zu sorgen, dass der Song so klingt, wie er in deinen Ohren vielleicht klingen sollte, dann kannst du das als Premium-Mitglied im Recording-Blog durchaus machen. Da gibt es über 10, ich glaube mittlerweile sogar 15 Songs zum selber mischen. Unter anderem die aktuellen Stamps des Monats, eben Stay the Night von Clara John. Und als kleiner Bonus noch obendrauf, einmal im Monat erzähle ich dann in einem sehr ausführlichen Mix-Tutorial zwischen 2 und 3 Stunden, 10, 11, 12 Videos, wie ich genau meinen Mix angefertigt habe. Das heißt, du kannst mir auf Schritt und Tritt folgen und mal zuschauen, wie ich den Mix aufgebaut habe, welche Plugins ich benutzt habe, welche Entscheidungen ich getroffen habe, welche Automationen ich gemacht habe und so weiter. Da lohnt es sich also auf jeden Fall da reinzuschauen. Du kannst mal hier oben auf den Link klicken und da kommst du direkt zum Premium-Bereich, kannst dich darüber informieren. Ich würde mich freuen, vielleicht hast du ja Lust dabei zu sein. Aber wir kommen jetzt mal zum Bouncen dieses Songs. Der Mix ist fertig, das heißt, das ganze Ding soll gebounced werden. Und ich habe jetzt hier bei Studio One die Möglichkeit, über Song hier oben zu gehen und da zum Beispiel, ups, über Song zu gehen und dann hier Mix exportieren wählen oder ich drücke hier Kommando E auf dem Mac oder Steuerung E auf dem PC. Das machen wir jetzt mal. Ich drücke mal Kommando E, da kommt der Dialog hier und da steht schon Mix exportieren. Das ist im Prinzip das, was uns ja eigentlich interessiert. Hier kann man ein paar Einstellungen vornehmen, wohin soll das Ganze exportiert werden. Dann der Dateiname ist natürlich wichtig. Bei Studio One kann man sogar direkt veröffentlichen. Wenn man hier drauf geht, könnte man seinen Soundcloud-Account zum Beispiel anmelden und dann direkt bei Soundcloud veröffentlichen, gerade bei längeren Podcasts. Und zum Beispiel kann das sehr praktisch sein, aber ist natürlich auch ohne Netz und doppelten Boden, geht direkt online, muss man natürlich auch sicher sein, dass man das auch veröffentlichen möchte, was dabei rauskommt. Hier beim Format ist es auch relativ einfach. Man kann also das Format einstellen. Ich benutze im Prinzip nur zwei Formate, nämlich einmal das Wave-Format und einmal das MP3-Format. Kann man also verschiedene Einstellungen zu machen. Wave-Format hier in diesem Fall, wenn ich es ausspiele, normalerweise in 24-Bit spiele ich es aus. Es sei denn, ich möchte das Ganze auf eine CD brennen, dann spiele ich es in 16-Bit aus. Und darunter noch die Sample Rate. Ich persönlich habe mich über die Jahre einfach mit 44,1 Kilohertz angefreundet und bin auch dabei geblieben. Ich weiß, dass viele Leute darauf schwören, mit 88,2 oder sogar 96 Kilohertz oder noch drüber zu arbeiten. Ich ehrlich gesagt spare mir aber die Rechenpower lieber für meinen Rechner auf und arbeite hier mit 44,1 Kilohertz, was für die CD gut genug ist, ist für meine Ohren in dem Fall auch gut genug. Aber da scheiden sich die Geister und da soll jeder so machen, wie er es am liebsten mag. Hier auf der rechten Seite gibt es dann noch verschiedene Bereiche, die man exportieren kann. Ich mache meistens den Loop-Bereich. Das heißt, ich ziehe einen Loop von Anfang bis Ende des Songs und sorge dafür, dass der Song genau reinpasst. Dass hinten noch vielleicht rauslaufende Hall-Fahnen noch mit drin sind oder Delay-Fahnen und so weiter. Und dann soll das der Bereich sein. Man kann ja aber verschiedene andere Versionen auch wählen. Das ist ja hier alles selbsterklärend. Aber hier drunter kommen wir jetzt mal zu Optionen. Und hier wird natürlich der Ausgang gewählt, der Main-Ausgang. Der letzte Master-Fader ist das bei mir. Das Ganze soll natürlich nicht Mono sein. Die Master-Effekte könnte man jetzt zum Beispiel umgehen, wenn man das ganze Ding zum Mastering dann hinter schicken will. Das heißt, man kann den Song so weiterhin anhören, wenn man das möchte, über seine eigene Master-Kette. Und zum Ausspielen kann man dann die Master-Kette zum Beispiel umgehen. Und dann steht darunter der Punkt, der uns ja heute eigentlich interessieren soll. Echtzeitverarbeitung, ja oder nein? Wenn es aus ist, dann ist es offline. Dann rechnet der Rechner einfach alles zusammen. Das machen wir gleich mal testweise. Und Echtzeit gucken wir auch mal kurz, wie das aussieht. Ich deaktiviere mal den Punkt hier Echtzeitverarbeitung. Und wir gucken mal, welche Geschwindigkeit mein Rechner wohl anschlägt. Das ist ein i9900 Intel mit 32 GB Arbeitsspeicher. Also ein richtiges Rechenmonster. Und ich habe aber auch UAD-Plugins. Das heißt, die müssen durch die DSPs von der UAD durch. Mit anderen Worten, ich befürchte, dass mein Rechner, so schnell wie er ist, keine großen Vorteile hat. Weil die DSPs halt in dem Fall schon in Anspruch genommen werden und eine ganze Menge rechnen müssen. Das ist kein Nachteil. Das möchte ich immer betonen, denn die Plugins klingen wirklich gut. Aber beim Ausspielen kann es halt manchmal ein kleines bisschen länger dauern. Das kann aber unter anderem auch an anderen rechenintensiven Plugins liegen. Also muss nicht an der DSP-Power von der UAD liegen, die hier aber wirklich ausgereizt wird. Da bin ich auch ganz ehrlich, dieses Mal war ich nicht sehr, sehr sparsam, was die Plugins angeht. Aber wir gucken mal. Wir spielen das Ganze jetzt mal aus. Und zwar offline. Und ich drücke einfach mal auf den OK-Knopf. Und dann gucken wir mal, wo das Ausspielfenster geblieben ist. Auf meinem anderen Bildschirm. Und hier siehst du jetzt, wie schnell ausgespielt wird. Also bei meinem Rechner jetzt bei diesem Mix mit den Unmengen an Plugins, die ich drauf habe, dieser fertige Mix und der fetten Masterkette, die ich drauf habe, 1,3 Mal. Das gibt es also jetzt kein echter großer Geschwindigkeitsvorteil, den ich jetzt hier genieße. Mit anderen Worten, ich könnte jetzt hier eigentlich doch sagen, weißt du was, das brechen wir mal hier ab. Und gucken mal, dass wir das Ganze dann in Echtzeit ausspielen. Dann kann ich während dem Ausspielen quasi direkt zuhören. Dann drücken wir also noch mal Kommando E fürs Ausspielen und wählen dann hier jetzt dieses Mal Echtzeitverarbeitung. Der Loop-Bereich ist ausgewählt von vorne bis hinten. Das habe ich schon vorbereitet. Wir benennen das Ganze noch eben um hier in Realtime. Dann machen wir Realtime. Ich nehme jetzt mal das englische Wort. Wir können noch Echtzeit nehmen. Dann nennen wir das Ganze Realtime 1. Und dann drücken wir mal auf OK und gucken mal, was passiert. Der Song wird von vorne bis hinten jetzt abgespielt. Kann man hier unten auch sehen. Du siehst, Geschwindigkeit, Echtzeit. Wir haben keinen großen Vorteil, was das Tempo angeht. Aber wir können natürlich direkt währenddessen zuhören. So, brech das mal hier ab. Und ich würde mal sagen, weil ich das ja schon vorbereitet habe, denn ich möchte dich jetzt nicht langweilen damit, dass wir den Song achtmal durchspielen. Nicht, dass der Song es wert wäre, achtmal gehört zu werden. Aber da möchte ich deine Zeit doch nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Und wir gehen mal rüber in die andere Session und gucken mal, was ich da vorbereitet habe. Denn da sind viermal offline gebounced und viermal Echtzeit gebounced. Einfach um zu gucken, ob es Unterschiede zwischen diesen einzelnen Ausspielformaten gibt. A, zwischen offline und Echtzeit. Und ob sich vielleicht die einzelnen ausgespielten Sachen auch untereinander unterscheiden. Kann ja auch interessant sein. Vielleicht ist ja jede Ausspielung auch unterschiedlich. Das gucken wir uns jetzt mal an und gehen mal rüber in die andere Session. Schnipp, da sind wir schon. Da ist die neue Session. Und wie du sehen kannst, habe ich hier also diese acht Spuren mal reingeladen. Wie wir hier genau sehen können. Die sind ja auch passend benannt. Also Stay the Night Offline 234 und Realtime 1234. Mit anderen Worten, wir sind hier bestens vorbereitet. Und ich habe wirklich die Zeit gut genutzt, um alles hier mal reinzuladen. Wenn wir also auf den ersten Blick gucken, sehen die Wellenformen eigentlich relativ gleich aus. Mit anderen Worten, man kann eigentlich jetzt nicht erwarten, dass sich jetzt hier große Unterschiede ergeben. Mit anderen Worten, die Unterschiede werden höchstwahrscheinlich gering sein. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob es tatsächlich klanglich wahrnehmbare Unterschiede zwischen den einzelnen Files gibt. Ich würde sagen, für den ersten Eindruck hören wir mal spontan rein. Und ich blende dir mal ein, welchen Track du gerade hörst. Und mache dann immer so, dass du nur einen Track solo hörst. Wir also immer zwischen denen hin und her springen. Und ich bin mal gespannt, ob es schon auf den ersten Klang-Eindruck Unterschiede gibt, die wir tatsächlich wahrnehmen können. Wir gehen mal hier an den letzten Refrain, schalten mal einen Loop ein. Und dann hören wir mal, was passiert, wenn wir reinhören. Das waren jetzt die ersten vier Offline-Ausspielungen. Die klingen jetzt erstmal alle relativ identisch. Also ich weiß nicht, ob dir was aufgefallen ist. Kannst ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, falls du was festgestellt haben solltest. Und wenn du, wie gesagt, genau gehen möchtest und das unkomprimiert ohne YouTube und alles hören möchtest, dann lad die die Spuren gerne im aktuellen Blogartikel runter. Kostenlos für alle, egal ob Mitglied oder nicht Mitglied. Da nochmal der Link unten in der Videobeschreibung. Also die Offliner haben jetzt für mich erstmal nicht unterschiedlich geklungen. Hören wir mal in die Echtzeit rein. Also gehen wir mal starten mit Nummer 1 und gucken mal, wie es weitergeht. Also nochmal die gleiche Stelle. Stay the night, just hold me close. Stay the night, just hold me close. Stay the night, just hold me close. Also ich würde wirklich sagen, der Unterschied ist so marginal. Wir hören mal zwischen Real-Time und Offline hin und her. Also bei diesen vier Ausspielungen in Echtzeit habe ich jetzt auch spontan keinen Unterschied wahrgenommen. Aber wir gehen gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe und gucken vielleicht, ob wir was finden können. Also vergleichen wir einfach mal zwischen Offline und Real-Time. Wir starten mal mit der ersten Ausspielung, dasselbe Stelle. Stay the night, just hold me close. Stay the night, just hold me close. Also ich weiß nicht, vielleicht sind meine Ohren ja zu stumpf, aber so einen echten Unterschied habe ich jetzt hier nicht direkt wahrgenommen. Also nichts, was jetzt direkt ins Gesicht springt, wo ich sage, oh, da musst du auf jeden Fall dringend nur Echtzeit ausspielen oder da musst du auf jeden Fall sicher gehen, dass du Offline ausspielst. Aber es gibt ja noch intensivere Möglichkeiten. Wir können ja zum Beispiel mal zwei Spuren gleichzeitig hören und wenn wir bei der einen die Phase drehen, dann müssten sie sich ja, wenn sie total identisch sind, sich gegenseitig auslöschen. Ich habe ja alle am gleichen Startpunkt ausgespielt. Mit anderen Worten, die sollten hier vorne alle identisch sein. Wir können ja mal kurz in die Wellenform reingucken. Hier mal von zwei Stück, von zwei Offline-Ausspielungen gehen wir hier mal kurz rein und gucken mal, ob die hier an derselben Stelle die Wellenform haben. Und das sieht sehr, sehr identisch aus. Also hier, wenn wir hier mal die obere Wellenform gucken, wir sind hier genau an der Spitze und wenn wir mal einen Track tiefer gehen, dann scheint hier so ein kleiner Versatz zu sein. Das heißt, mit anderen Worten könnte es sein, dass vielleicht beim Ausspielen der Startpunkt nicht immer derselbe ist. Wir gehen noch mal einen tiefer. Hier sieht es auch nicht so ganz identisch aus. Also das heißt, der Startpunkt von diesem zweiten scheint nicht der gleiche gewesen zu sein wie von dem dritten hier. Hier ist ein bisschen mehr vor dem Strich, ein bisschen mehr schwarz vor dem Strich. Gucken wir noch mal rein, noch mal einen tiefer, dass wir noch mal zwei gegeneinander halten von den Offlines. Hier ist auch wieder ein bisschen mehr vor dem Cursor, der hier ist. Und hier unten auch. Ne, das ist jetzt ziemlich identisch hier an dieser Stelle. Ja, also es scheint zu sein, dass da auch eine kleine Varianz beim Ausspielen zu passieren kann. Vielleicht sogar beim Ausspielen von zwei Offline-Tracks. Die sollten ja eigentlich rein rechnerisch immer die gleichen sein. Aber das hören wir gleich noch mal ein bisschen genauer rein. Gucken wir mal, wie es bei den anderen Tracks. Aber guck mal hier, hier scheint bei dem Echtzeit scheint tatsächlich ein echter Versatz zu sein, weil dieser Peak, der hier nach unten zeigt, der ist ja sehr charakteristisch, der ist hier bei dem nächsten Track doch deutlich später. Mit anderen Worten, ich habe ja immer denselben Loop ausgespielt. Vielleicht ist es da dann doch nicht so, dass es total identisch ist. Gehen wir noch mal einen Track tiefer. Die sehen wieder relativ gleich aus. Das heißt, sie ist ein bisschen schwarz vor dem Cursor von der Wellenform und einen drunter ist es ein bisschen weniger. Da scheint also auch der Startpunkt unterschiedlicher zu sein. Dann schiebe ich doch mal zwei Stück zusammen, die relativ identisch sind. Also Nummer 3 scheint mit Nummer 2 relativ identisch zu sein. Und hier oben bei den Offlines gucken wir mal, dass wir Track 1 und 3 beieinander schieben. Aber du siehst, da kann tatsächlich auch schon da eine kleine Varianz beim Ausspielen passieren. Und wir hören, würde ich glaube ich mal sagen, einfach mal erst die beiden Ersten hier gegeneinander. Also Offline 1 und 3. Und ich drehe mal bei Nummer 3 die Phase. Dazu kann ich hier einfach in Nummer 3 kurz das Solo verschieben auf diese beiden Tracks. Und in Nummer 3 lade ich einfach mal das Mix-Tool rein. Mit dem Mix-Tool kann man, wenn man hier sucht, kann man das einfach so nehmen und kann dann hier einfach mal die Phase links und rechts tauschen. Und wir wissen ja, wenn du bei zwei gleichen Signalen bei einem die Phase tauscht, dann löschen die sich gegenseitig aus. Mit anderen Worten, wenn sie total identisch sein sollten, dann dürfte ja hier nach Adam Riese nichts mehr übrig bleiben. Ich mache mal nur den ersten Track an. Und wir hören dann mal kurz in dieselbe Stelle nochmal rein, die wir gerade hatten. Und dann gebe ich mal den zweiten Track dazu mit der gedrehten Phase und dann hören wir mal, was dann übrig bleibt. Also los geht's. Also es ist komisch. Es klingt, als wenn hier Schwankungen zwischen den beiden wären, die jetzt nicht so eindeutig, also ich kann es nicht so richtig zuordnen, also sie sind nicht identisch. So viel kann man schon mal sagen. Das heißt, selbst die Offline-Ausspielungen sind untereinander nicht identisch, obwohl man davon ausgehen sollte, dass der Rechner ja jedes Mal gleich rechnet. Mit anderen Worten, mit dieser Methode jetzt zu vergleichen, ob ein exakter Unterschied ist zwischen den beiden. Normalerweise würde man sagen, das, was übrig bleibt zwischen den beiden Tracks, das ist im Prinzip das, was der Unterschied zwischen den beiden ausmacht. Aber wenn er so eiert irgendwie, dann scheinen die Unterschiede ja doch ein kleines bisschen größer zu sein. Ich meine, im normalen Hören haben wir ja gerade keinen Unterschied gehört. Wir machen den gleichen Trick, machen wir mal kurz bei den Echtzeitausspielungen. Und ich ziehe das Mix-Tool hier mal einfach rüber auf den zweiten Track. Und wir hören mal dieselbe Stelle. Und dieses Mal die erste und die dritte Echtzeitausspielung. Ich gebe wieder die dritte Echtzeitausspielung mit der gedrehten Phase dann dazu. Und das sind dann diese Tracks hier unten. Gucken wir mal, was da passiert. Und du kannst den Trick ja zu Hause dann auch mal ausprobieren, wenn du dir die Spuren runtergeladen hast. Da scheint ja ein richtiger Laufzeitunterschied zu sein. Hier ist überhaupt keine Auslöschung. Ganz im Gegenteil, die Bassdrum flammt. Das heißt, hier scheint... Ah, ich habe hier Realtime 1 und 2 gemacht. Die waren ja sowieso ein bisschen zeitlich auseinander. Aber das zeigt mal, dass die beiden hier tatsächlich... Guck mal hier, was hier für ein zeitlicher Versatz ist. Der eine fängt hier schon hier vor dem 51. Takt an mit dieser großen Wellenform. Und der ist hier erst auf dem zweiten drauf. Das ist ja interessant. Also wie gesagt, der Versatz zwischen den beiden scheint schon zwischen diesen beiden Ausspielungen komisch zu sein. Hatte ich jetzt nicht gerade gesagt. Ich wollte mal Nummer 3 dagegen halten. Den schiebe ich mal hier nach oben. Mal gucken, dass wir jetzt hier durcheinander kommen. Nehmen wir mal das Mix-Tool auf Track Nummer 3. Sind die identisch? Die sind auch nicht identisch. Aber 2 und 3 sehen hier relativ identisch aus. Dann hören wir mal 2 und 3 gegeneinander. Also machen wir Solo hier aus. Gehen auf 2. Das Mix-Tool schiebe ich hier auf Nummer 3. Und dann hören wir mal 2 und 3. Die scheinen hier vom Startpunkt relativ identisch zu sein. Vielleicht können wir ja hier hören, ob da ein Unterschied zwischen den beiden ist. Also Solo Nummer 2. Noch mal von vorne. Selbe Stelle, selbe Welle. Also hier klingt es auch nicht so, als wenn eindeutig zu hören ist, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Ich persönlich kann es mir tatsächlich nicht erklären. Vielleicht sind da irgendwelche Schwankungen beim Mixdown, dass die Kompressoren vielleicht leicht anders reagieren oder so. Vielleicht hast du ja auch eine Erklärung, die du vielleicht unten in die Kommentare mal reinschreiben kannst. Aber mit dieser Methode kommen wir der ganzen Sache definitiv nicht auf die Schliche. Ich will anders sagen, wir müssen uns tatsächlich nochmal ein kleines bisschen hier reinhören in die Songs. Und da ich das gerade schon mal gemacht habe, spreche ich nochmal meine Einladung an dich aus. Lad dir die Spuren mal runter, lad es in deine DAW rein und ich bin wirklich mal gespannt, ob du einen Unterschied hörst. Ich höre jetzt noch einmal durch und gucke mal, ob ich spontan einen Unterschied zwischen den Spuren höre. Denn wenn sich da kein Unterschied aufdrängt, dann bleibt am Ende des Tages, zumindest in Studio One, vielleicht ist es in deiner DAW ja anders, bleibt zumindest übrig. Es macht qualitativ anscheinend kaum oder wenig Unterschied oder kaum wahrnehmbaren Unterschied, ob du Echtzeit oder Offline ausspielst. Und wenn das gegeben ist, dann kannst du es im Prinzip abhängig davon machen, ob du lieber Zeit sparen möchtest oder ob du vielleicht nochmal auf Nummer sicher gehen möchtest. Oder vielleicht hast du ja noch einen anderen Grund, den du uns unten in die Kommentare reinschreiben kannst, weswegen du das nochmal machst. Wir hören nochmal kurz einmal alle vier Spuren durch und gucken mal, ob uns spontan nochmal was auffällt. Also von oben runter und ich muss noch eben die Mix-Tools ausmachen, sonst können wir nämlich hier noch durcheinander, da und da. Also nochmal von vorne und vielleicht fällt uns ja was auf. Stay the night, just hold me close. Stay the night, just hold me close. Ich schalte mal nur zwischen Offline und Real-Time, also Echtzeit hin und her, mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Stay the night, just hold me close. Also ich habe minimal den Eindruck, dass der Bass ein kleines bisschen druckvoller bei der Offline-Version ist. Aber ich glaube, das könnte auch Psychoakustik-Einbildung oder sonst was irgendwie sein. Mit anderen Worten, wenn du das Ding im Auto hören würdest, beide abwechselnd, würdest du keinen Unterschied zwischen den beiden feststellen können. Wahrscheinlich am Ende des Tages Geschmackssache. Schreib mir gerne deine Erfahrung mit Offline oder Real-Time, also Echtzeitausspielung mit dem Bouncen in deiner DRW mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tipp auf Lager, den man vielleicht nochmal berücksichtigen könnte. Oder das ein oder andere Totschlag-Argument, warum man das ein oder das andere machen sollte. Bin sehr gespannt, was da zusammenkommt. Und wünsche dir viel Spaß beim Reinhören in die Spuren. Wie gesagt, folge Clara John auf Instagram, YouTube und wo auch immer du sie findest. Denn die Musik ist wirklich toll und die Stimme ist einfach einzigartig. Und bezaubernd ist wirklich das richtige Wort an der Stelle. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut. Und Yassu!